ab er hat er ist die Leib ich hab dich das Wasser in die Luft gejagt und außerdem war das ich hab ihm eine Fleischbombe in den Kopf geknallt was ja ja sagen so ich weiß es war ein anspringen kill killsteal sowas kenn ich das war einfach das war einfach Sin Damage da ausweist liegt an der Werkbank wo du gerade warst aber nein stört dich ja nicht ne richtig ich kann ja auch einfach gehen witzel als der privat wird ja nicht schon da Scheiße hier vergesst du mir das Thema Sam B ist ein Fass ja was das für ein Damage ja ich hab gesagt Look Out also ja oh god guck mal nicht so als hätte ich dir nicht geholfen du hast mir was hast du mich wieder getötet nein ich meine Bitch meine Bitch hat gerufen Look Out ja als ob ich auf den Bitch höre wir laufen in die falsche Richtung ich hab mir hier durchlaufen und es ist Gas ich wette ich finde hier noch irgendwas die Warte 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 ähm nö ne nö nicht so n dreck aber ähm KIO ähm Graffiti Sam B wunderschön daran hat daran haben wir es auch so gedacht ein paar gangster lobes jeder jeden mal hast du noch eine waffe oder so 16 schuss wenn ich so ich habe selber noch auch scheiße ja geil wie weit hatten die sechs explosionszeit für eine range bitte ich stand ewig weit weg aber oft ist geknallt und hab selbstmord gemacht wieder tot ja aber krieg ich den damage des todes obwohl ich sagt weit weg stand ich denke mal da lassen wir nicht durchlaufen wird einfach irgendwie verheißen das ist ein schläger wieso steht er jetzt wirklich da drüben nicht schlagen genau ich mache ganz gemütlich mein talent und da kommen so zwei wichser ja das war auch gemacht wenn man das genau trinkt hat kommen die dann näher da was ja es ist sowas wie boomer kotze glaube ich okay hallo sam wieder unten wie geht es denn scheiße ich bin fast tot warum weil ich nur mein talentbomb gemacht habe auf einmal kommen da so zwei behinderte wichser und töten oder schlagen mich natürlich nicht lassen jetzt habe ich dachten sich ja machen mit einem talentbomb nicht nicht so scheiße rum naja warten darauf dass andere spieler die extremst viel langsamer sind als du kommen das sind schläger die töten lass ihn in ruhe ich habe waffenkiste gefunden und fahrt was ist in der trunten fahrt er wird gibt es aber auch bei der freilich die jürgen sowas zu schlagen ja genau ihr konntest einmal nur noch den eingeher da so getötet ich komme hier runter rutschen ja jetzt muss ich aber mein ganzes geld weg geben dass ich vorhin von so einer zombie frau bekommen habe mit dem namen ich glaube hinterherrenner nee nene ich glaube Dinkel 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 Aker was glaube ich keine ahnung Mhm. Hi, Gangster. Hu hu. Hu hu, tu hu. Hu hu. Hey, hey, it's good to see some new faces. If you're feeling alright, maybe there's more survivors out there, eh? You can't keep into the bloody arena. You came through the sewers? Well, that means both things can get through that way as well. I hope that the barricades hold. Du haltest rum, weil du 5.000 irgendwas Geld hast und ich hab 1.700. Ja, ich bin auch hier die Frau. Ich muss einkaufen. Ja, natürlich. Was ist denn hier? So, so what's the plan? What the hell? Was wollt ihr als Freunde? Oh, in God's name are you and how the hell did you get inside here? Kann hier auch irgendwas aus dem rumstehen? Well, I'm sorry, but that's impossible. Our supplies are limited and we need everything we have. That's all I have to say to you for now. Boah, ist der breite Typ da. Wer ist der denn? Polizist! Alle verstecken sich. Wir müssen hier alles machen, klar. Wieder alles machen, naja. Wo kommen die wieder her? Die Horken und die Horken überall rum und und und, ja. Und vergnügen sie wieder. Und vergnügen sie die ganzen Fak-sch... Schau mal, was die Ann hat. Nichts! Die da, guck mal. Nicht hat die Ann. 300 Familien. Flushes mutterfuckers. Ja, man, Sempie! Just like Normans. Long as they got theirs, who gives a shit if the ghetto burns. Man, they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promise to help. I'll fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Jin, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here's gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine. And I will. With or without your help. We're staying with the plan. Or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, Dahl. You know it's true. And if you leave it here without transportation, we're not gonna make it either. Okay. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. They're gonna follow shit. What do you want to do, Jin? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. They're motherfuckers at the police station? Are you kidding me? The resort is not everyone but the police station. Those autos can send it to us. And we'll find the place from the radio. Agreed? I'll be at the sewer exit. Over. Hey, that's just a MB, man. What the fuck, that police station? What the hell? Hey, yo. What are they doing here? They're learning or what? What are they doing here at school? Blueberries aren't blue. Huh? Colored. What? Blablabla activated. Journal. Picturing. Ovulation. John McCain. Daughter is on. It's in Toronto. Keep the marker away from face. The problem is that they're overrun by one of the Rascal Gangs. They'll kill you as quick as looking at you. Hey, here's a good craft. We're on our way through the sewers. It's not an easy trick. But you don't look the type that's easily discouraged. Where do you come in the hand? Interested? I don't know. What's going on? I'll take a mission here again. Yeah. Yeah. We're on the entrance to the market and barricaded. Except for the one that very few know about it. Yeah. What's going on downstairs and talk to me down the door? Roy Ward. I'm not talking to the camera. I'm talking to my phone. I'm talking to my phone. I'm talking to the station. I'm walking right around the door. And walking right here. So. So. Now. Can we deal with this? No. Maybe. No. Here. No. 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 Oh my God. It's not 미안 to miss. Well, that's wasn't the only thing. way off. That's correct. Er ist der Bürgermeister, er ist der Bürgermeister. Vielleicht hat er ja irgendwie... ... hier einen Neffen, der uns ihm helfen kann. Ist das hier so eine komische Markierung? Auf den Weg dann! Endlich! Stand lag gerade Hohr unten im Untertitel? Ich weiß es nicht. Brandwaffen sind tödlich, Achtung, darauf Abstand von brennenden Arschs zu halten. Was? Keine Ahnung. Hmm, lecker, lass mal trinken. Sam, wie? Ja, geil, die Duschen! Ja, in, in Radiotipen Scheiß oder so. Wie das aussieht. Ja, will ich nicht reinfallen. Sam, wie? Hat echt getroffen, wie wir uns. So, jetzt habe ich eh keinen Schuss mehr in der Pissi. Sam, wie? Ja, ja, mach gut. Ich trink. Jetzt gucke ich erst mal, was da oben ist. Lalalalalala. Ja, vielleicht Kohle. Sam, wie? Heavy. Ausweis. Werf da unten rein. Ja, dann nimm doch den Ausweis auch mit. Hab ich doch! Achso, den muss jeder selbst einsammeln. Oh. Ist ja heavy. Ja, guck mal hier. Egal. Ja, hier ist für so'n Geheimpunkt. Hast du so'n Totenkopf? Ach, Mann. Mann, wir würden voll die gute Sachen bekommen, jetzt. Hm. Ja, ist schon möglich. Ich gehe einfach weiter. Meines Weges. Erzähl, wir würden irgendeine Waffe bekommen, die irgendein Insider wird sind. Hält, aber nein. Du kannst die beiden dran vorbei. Was? Oh, 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 oh. Ey, der eine da ist voller Gangstor. Ich hab vieles durch. Angst. Sambi! Sambi! Ich, voll, der Hauptsache, ich hab noch gar nicht. ja ich höre dich hier wieder gerade gar nicht du lagst schon wieder ja also ich kann ich halt dann nicht verstehen irgendwie ja hallo jetzt geht's mal ich dachte du konntest mich jetzt nicht verstehen und darum wollte ich gerade eine eine angst ah ja ich verstehe es die simulation genau 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 das war nicht da ein führter die infizierten sind jedenfalls schmarrn ich hab was ja echt der geil viel zu spät ja das hört sich doch wieder voll nach dem schläger an ane besser noch eine wasserleiche ja dann werft sehr schön